Ähm, jetzt nicht willkommen zurück, ich bin nochmal ganz kurz weggegangen. Wir haben die Quest hier abgeschlossen, weil er hat jetzt gerade, ich habe geladen, ich hatte jetzt eine Aufnahmepause. Und ich habe gesagt, dass die Finch-Fan sich uns angeschlossen hat. Also ich gar nicht wollte, dass er jetzt anfängt zu reden. Da ist es. Ziemlich beeindruckend, was? Der eigentliche Name ist Ford Independence. Ford Independence, okay. Alles klar. Jetzt weißt du, warum ich das vor unbedingt zurückerobern wollte. Mhm. Auf jeden Fall. Für einen 600 Jahre alten Bau ist es in ziemlich gutem Zustand. Oh ja. Das stimmt. So wird einfach nicht mehr gebaut. Und wenn wir uns die Burg holen, dann wissen die Leute, dass sie es ernst meinen. Unser Primärziel sollte sein, den Hof zu säubern. Dort dürften wir auf die stärkste Gegenwehr stoßen. Die Mauer auf dieser Seite ist am empfindlichsten. Aber auch von Süden aus könnten wir das Haupttor erreichen. Worauf warten wir? Gehen wir rein und knallen diese Hummer weg. Nein. Wenn wir uns aufteilen, können wir sie von zwei Seiten angreifen. Das wird das reinste Tontauben schießen. Warum lassen wir sie nicht zu uns kommen? Wir bilden auf der Seite eine Feuerlinie und locken sie raus. Und, General, was denkst du? Hm. Wir greifen von zwei Seiten an. Greifen wir sie von beiden Seiten an. Wir teilen uns auf. Du kannst dich dem Team anschließen, das deiner Meinung nach etwas Unterstützung gebrauchen könnte. Okay, Leute. Ihr habt den General gehört. Auf geht's. Versuch nicht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, bis wir in Position sind. Hm. Okay. Wir haben keinen Money mehr. Hm. Moment. Ich muss mal ganz kurz Waffe. Döner Messer. Glittergranaten habe ich. Wir nehmen den Schrot. Ich gehe zu dem Trupp hier nach vorne. Ja, wir kämpfen jetzt gegen Krabbenmenschen. Nicht gegen Krabbenmenschen, sondern gegen Meierlurker. Und höchstwahrscheinlich sind da... Oh, da oben ziehe ich schon ein. Wieder den. Da. Wird... Oh, da sind zwei. Da sind garantiert so gefährliche... Gegner drin. Alles klar, klar. Dann... Wir sollen den Hof säubern. Leute? Ja, auch. Okay. Entdecke die Burg. Geronimo! Pau! What? What? Äh... Nein, 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 nicht Waffen wechseln. Hier. Oh, fuck it. Jetzt wird hier einfach mal die Waffen gewechselt, weil ich eine Maustaste drücke von... Äh... Ist nachgeladen. Okay. Was war denn noch? Hier nochmal schlagen. Alt. Einmal alt. Okay. Oh, ich mach die Eier kaputt. Okay. Nee, okay, lapp mal nach. Okay. Da kommt noch einer. Okay. Das funktioniert ja jetzt ganz gut. Ah, kaputt. Wir haben schon wieder gleich Level up. Wir haben Level up. Warum leveln wir hier so schnell? Ah. Eigentlich nehme ich mit. Ich weiß ja... Ich weiß ja... Ähm... Ähm... Wie viel Leisch? Reichpanzer-Meyer-Lörk. Oh. Das war Fail. Alles klar. Erstmal looten. Oh. 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 Der Arme. Hier war doch noch eine Leiche von dem Meier-Lörk. Verdammt. Ich meinte, als würden sie brüten. Wir müssen uns die Eier holen, sonst sind sie schneller zurück, als wir gucken können. Ja. Kamera. Also, wir machen das wie bei mir. Du bleibst hier im Hof und vernächtest alle Eier. Wir finden. Okay. Wir haben Gesellschaft. Was für ein bisschen... Ja, das sind nur kleine Schlupflinge. Aber ich... Ich habe nicht den Flammenwerfer dabei, oder? Habe ich den Flammenwerfer dabei? Nicht zufällig, einen Flammenwerfer. Nicht zufällig, gell? Shit. Oh. Hupala. So. Der ist leer. Was war das? Äh. Alles klar. Ich nehme mir die Eier einfach mit. So. Ich auch kann ich die kleinen... Die kleinen Scheiße luden. Oh. Das gibt so viel Fleisch. Willi? Ähm. So. Hier gab es auch einen Flammenwerfer. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Da ich sehr viel Brennstoff habe. Und ich möchte so viel Eier, wie es nur geht, mitnehmen. Oh. 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 So. Nicht Eier, sondern... Reisch. Ein paar Klammer. Bugtape. Uhuhu. So. Jetzt mal nachladen. Wir hatten ein Level Up. Machen wir ganz kurz. Ähm. Als Anfang... Zwischen die Werkstatt, Siedlung, Versorgungsrouten. Das machen wir. Noch ein bisschen Charisma. Dann können wir besser bauen. Mehr Versorgungsrouten. Mehr Städte. Oh. Da können wir sehr viel machen. Oh. Legendär leuchtender... Okay. Moment. Da hilft kein Flammenwerfer. Da brauche ich... Schaden. Mit welcher Waffe mache ich denn am meisten Damage? Da habe ich gerade sehr viel Schuss. Irgendwas greift mich an. Oh. Okay. Auf die Augen? What? Das fiege ich Augen. Moment. Das funktioniert nicht. Oh Gott. Das Teil macht mich kaputt. Meine Rüstung. Ah. Ach. Jetzt mutiert er auch noch. Okay. Oh. 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 Stimpack. 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 Noch eins. Ähm. Okay. Alter. Ich verliere meine Rüstung. Ich verliere meine Rüstung. Ich verliere meine Rüstung. Äh. Lad du mal nach. Ja. Äh. Spreng. Wie? Was zum Teufel war das? Nichts. Lad nach. Kumpel. Hast du nachgeladen? Ja. 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 Oh Gott. Töte die Meierler Königin. Wat? Ja. Ziel du auch auf die Augen. Ich. Hab grad keine Zeit gegen irgendeine Königin hier zu kämpfen. Oh Gott. Oh Gott. Moment. Äh. Da oben kommt die Königin. Ah. Ah. Königin. Ah. 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 Moment. Okay, 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 okay. Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Ah, jetzt, ah, jetzt. Buff out. Du bist jetzt von allen Buff out teams abhängig. Ist mir egal. Ah. Nuka Cola? Nuka Cola? Nuka Cola? Platz. Okay. Okay. Ich glaub, ich bin so entkommen. Warum ist es... Ah. Mein Gott. Stirb. Okay. Ah. Da ist schon wieder die Königin. Ich ziehe mich da am besten nach innen zurück. Ah, okay. Ah. Aha. Okay. Na, kommt her. Guck mir dein Fleisch. So. Oh, da kommt noch mehr. Okay. Oh. Dreck. Ey, ohne Powerrüstung wäre ich hier schon lange tot. Oh, nicht nach... Lass mich wieder rein. Ähm. So. Immer luben die kleinen Drecksspatzen hier. Gib ein gutes Fleisch. Geh weg. Ich muss hier mal durch. Ich glaube, hier habe ich... Ist er das? Sagt zusätzlich schon mit fortschreitender Nacht und weniger am Tag. Wow. So, jetzt kümmern wir uns mal um Wett, Bitch. Alter. Ich habe hier vorhin irgendwo... Hallo, Hund. Ich war hier nicht in Raketenwerfer? Oh, ich war hier nicht in Raketenwerfer. Geh vorher die hier schlüpfen. Okay, hier ist Munition. Brennstoff. Ich brauche keinen Brennstoff. Ich habe hier keinen Raketenwerfer. Hier war doch vorhin ein Raketenwerfer. Oder bin ich jetzt bescheuert? Moment. Habe ich den wirklich nicht eingesammelt? Äh, ne, ne, ne. Ne, ne. Ach, warum warum bin ich dann hier... Okay, wie mache ich den dann? Ne, das ist eine Muskete. Die brauche ich nicht. Ähm... Gewäckmuskete. Brauche hier, wenn dann, ein Lasergewehr. Ja. So. Das macht Energieschaden. So. Ja. Ja. Oder über den Pip-Boy ersetzt werden. Ich will hier nichts ersetzen. Ich will... Nicht nur den Raketenwerfer. Gucken wir mal kurz hier oben. So. Äh, da ist sie. Oh Gott, da kommen noch Meierlörks. Klingt normale. Oh Gott. Jetzt bin ich vergiftet. Alles klar. Lass mich hier bitte gehen. Ich finde es interessant, dass das an Meierlörks nicht so viel Schaden macht. Okay, wenn sie so auf einem zukommen, dann schon. Hier kommen doch wieder ganz viele kleine Krabbelfiecher. Mal verdrohen. Da. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Schaden der Flammenwerfer macht. Deswegen werde ich hier ganz kurz schnell speichern. Geronimo! Oh Gott. Da macht der so überhaupt keinen Schaden. Oh, aber hier kann ich... Hm. Ja. Brenne! 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 Ach, Mann. Oh, wie sie hier drinnen alles schön... Oh, das ist doch... So in Ordnung, oder? Okay. Meierlörk. Meierlörk. Gebt mir euer Meierlörkerfleisch. Die guten alten Schlöpflinge! Alter, wie viel Fleisch... Äh, allein da müsste ich schon fast ein Level haben. Ah! Okay, ich muss mal eine andere Taktik überlegen. Das macht so überhaupt keinen Schaden. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich hab kein... Ah! Eine Munition. Mit dem kann ich nicht schießen. Das probier... Oh, es hat mir Schaden den Roboter. Hat nicht hier reingetroffen, oder? Das ist eine Königin. Das bringt also nicht so viel, hier rein zu schießen. Ja, vielleicht kommen keine neuen Eier mehr. So. Der hat mich nicht getroffen. Nice. Das hat mich getroffen. Nicht nice. Moment, ich hab keine Stimpaks mehr. Das ist nicht so geil. Boah. Was? Oh, Mann. Mann, Mann. Steh da nicht so rum! So. Ah. Nein. Oh! Was? 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 Ja! Nichts legt sich mit The General an. Okay. Ich glaube, wir haben die Burg gesäubert. Und deswegen leckt es hier jetzt auch so. Was ist denn jetzt kaputt? Ich speichere mal schnell. Okay. Es geht wieder. Ich speichere trotzdem nochmal. So. Mach kaputt. Okay. Scheiß, Meierlöckteile. Moment. Da kann ich jetzt mit dem Ding ins Gehen. So. So. Da noch eins. Das ist aber keins mehr, oder? Ne. So. Dann machen wir hier mal kurz die restlichen Eierchen weg. Oh. Guck mal. Eine Kanone. Ach. Eine Pumpe haben sie hier. Es laggt schon wieder ein bisschen. Und das gefällt mir nicht. Es gefällt mir hier ganz und gar nicht mit den ganzen Legs. Ich sollte hier ein bisschen aufpassen. Ich sollte hier ein bisschen aufpassen. So. Wo geht's hier hin? Okay. Es liegt hier immer noch. Ich glaube, liegt das an den Flammen? Das Hund. Es gibt da eh keine Munition mehr. Ja, aber das Döner-Messer. Dandy-Boy-Äpfel. Ein Stoff. Ach ne. Dandy-Boy-Äpfel. Ja, ich habe gerade leichte Frame-Zusammenbrüche. Ich glaube, ich werde dann gleich mal nochmal speichern und neu laden. So. Und zwar, in der nächsten Folge reden wir dann mit ihm hier. Und ich sage jetzt schon mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Tü-Lü.